Das Stadtarchiv Erfurt und Lothar Semlin präsentieren Erfurt Süd heute und damals, ein Projekt von Lothar Semlin mit mehreren kurzen Amateur-Diashau-Beiträgen. Das Stadtarchiv Erfurt unterstützt das Projekt mit Hinweisen, Ratschlägen und mit historischen Fotos. Während unseres dritten virtuellen Spazierganges bieten wir einige Besonderheiten unter dem Motto von der Löberstraße bis zur Thomaskirche mit dem Schwerpunkt städtebauliche Entwicklung um 1900 an. Dieses Gebiet lag bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Löberfeld außerhalb des Stadtwalls. Ein Bebauungsverbot verhinderte bis dato die Ausbreitung der Stadt. Das zeigt ein Bild mit der Sicht auf das Löberfeld zwischen Löbertor und Fürtschen südlich des heutigen Flutgrabens um 1800. Erst um 1900 errichteten die Erfurter auf dem ehemaligen Löberfeld eine Vorstadt, hier die Ecke Löberstraße-Löberwallgraben. Der Grund war die damalige Industrialisierung mit einem immensen Bevölkerungsaufschwung. In Erfurt stieg die Bevölkerungszahl von 1871 mit gut 40.000 Einwohnern auf 100.000 Einwohner im Jahr 1906. Die Menschen hätten innerhalb der Stadtmauern mit der damaligen Bauweise keinen Platz gehabt. Die Aufhebung des Festungsstatus des Stadtwalls 1871 und damit die Aufhebung des Bebauungsverbots außerhalb der ehemaligen Stadtmauer war für den Bevölkerungsboom mehr als notwendig. Erfurt erlebte eine nie dagewesene städtebauliche Entwicklung. Rund um Erfurt wurden neue Stadtviertel geplant, wie im Süden auf der Garte von 1881 die Löbervorstadt, vom Löberwallgraben bis zum Steiger. Hier entstanden um 1900 bürgerliche Mietshäuser. In dieser sehr wichtigen Zeit völlig neuer Stadtplanungen fungierte Richard Breslau als Oberbürgermeister Erfurt von 1871 bis 1889. Er trug mit weitsichtigen Entscheidungen zur hervorragenden Entwicklung der Stadt bei. Die Planung des Flutgrabens, der bis in die heutige Zeit das jährliche Hochwasser der Gärer verhindert, war einer der bedeutendsten Arbeiten von Dr. Richard Breslau. Ein Hochwasserfoto an der Löberbrücke aus dem Jahr 1994 beweist, wie der Flutgraben die Wassermassen bewältigt. Das Denkmal des Vaters des Flutgrabens, wie Breslau liebevoll genannt wird, steht in der Parkanlage am Löberwallgraben. Es wurde 1912 dort errichtet. Die vordere Steinfassung deutet einen nicht mehr existierenden Brunnen an. Nachdem man das Denkmal zu DDR-Zeiten an einen abgelegenen Ort in der Parkanlage versetzte, kann man es seit 2007 wieder an der ursprünglichen Stelle bewundern. Die an der Löberbrücke sichtbare Walze wurde im Jahr 1932 im Rahmen eines Wehrs erbaut. Die herabgelassene Walze kann das Wasser des Flutgrabens anstauen. So wollten die Erfurter damals einen Bootsverkehr ermöglichen. Bei dauerhaften Anstau erfolgte jedoch ein Anstieg des Grundwassers bis in die Keller der Anliegerhäuser. So kam das Walzenwehr nicht mehr zum geplanten Einsatz. Da das Walzenwehr mit einer einzigartigen Konstruktion funktioniert, wird es seit 1995 als technisches Denkmal erhalten. Doch zurück zu der Zeit um 1900. Mit den Planungen in der Amtszeit von Richard Breslau gab es auch die ersten Konzepte zur Errichtung von diversen Grünanlagen in Erfurt. Dazu gehörten die Parkanlagen am Löberwallgraben und an der Thomaskirche sowie bis zum Luisenpark als ein Überbleibsel der damaligen Natur außerhalb der Stadtmauer. Die Anlagen entstanden um 1900 nach den konkreten Plänen von Otto Linne, der 1899 bis 1908 Stadtgartendirektor in Erfurt war. Erfurt entwickelte sich zu einer der gesündesten Städte des damaligen Deutschen Reichs. Diese Parkanlagen sind heute noch Anziehungspunkt für Erholungssuchende. Wir erreichen die imposante Ansicht der nördlichen Seite der Thomaskirche an den Parkanlagen. Diese neue, große Thomaskirche wurde von 1900 bis 1902 errichtet. Auch sie ist das Ergebnis der enormen städtebaulichen Entwicklung. Von 1800 bis 1900 wuchs die Anzahl der Mitglieder der kleinen Thomaskirche in der Löberstraße von 700 auf 7500. Für diese große Anzahl von Mitgliedern ist am 15. Juni 1902 mit der Weihung ein Traum in Erfüllung gegangen. So ist die Thomaskirche praktisch ein Wahrzeichen jener Zeit um 1900. Sie entsprach auch dem gewachsenen Repräsentationsbedürfnis der teilweise wohlhabenden Bürger in der Löbervorstadt. In ihrem Stil ist sie die einzige neugotische Stadtkirche Eferts. Die alte Thomaskirche in der Löberstraße wurde 1903 abgerissen. Wenn man den Altar betrachtet, der auch in der neuen Thomaskirche steht, sieht man im Verhältnis zum Altar den Größenunterschied der zwei Kirchen. Noch heute lädt die Kirche mit ihrem Glockengeläut zu Gottesdiensten ein. Trotz der damaligen Euphorie um 1900 wurden geschichtlich sehr wertvolle Bestandteile wie der 6 Meter breite gotische Flügelaltar, der um 1445 geschaffen wurde, gerettet. Christen und Kunstliebhaber bewundern heute noch den Flügelaltar als historisches Schmuckstück. An der Westwand des Altarraumes der heutigen Kirche befindet sich das um 1440 entstandene Thomasrelief im Bild links. Sein Wappenhund mit Arm im Maul verweist auf eine Legende aus dem Leben des Apostels Thomas. An der Ostwand des Altarraumes ist das ebenfalls um 1440 geschaffene Sakramenthäuschen angebracht. Der Opferstock im Eingangsbereich stammt ebenfalls aus der alten Thomaskirche. Eine Besonderheit ist das alte Portal der Thomaskirche, das bei den Abrissarbeiten verkauft wurde. 1947 fanden es Experten am Rotenberg wieder. Es befindet sich am Keller eines Wirtschaftsgebäudes des ehemaligen Gutes-Achsmannhof bzw. des Stadtgutes, dort, wo Ende der 50er Jahre die Erfurter ihren Zoopark errichteten. Auch die neue Thomaskirche hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Am Karsamstag, dem 31. März 1945, haben Bomben das Dach, die Außenmauern und das Kirchenschiff der Thomaskirche getroffen. Man baute sie als Baltik wieder auf und weihte sie am 24. September 1950. Der Entwurf zur heute zweitgrößten evangelischen Kirchenorgel Erfurts stammt aus dem Jahr 1950. Die Bauzeit betrug allerdings bis 1993 fast 43 Jahre. Hier erklingen heute noch Lieder, die Organisten in der alten Thomaskirche spielten. Darunter zählten Johann Christoph Bach auf dem Bild links, der ältere Bruder von Johann Sebastian Bach im Jahr 1689, sowie dessen Cousin Johann Gottfried Walter zwischen 1702 und 1707. Kantorin Sabine Strohbild kennt zahlreiche Lieder dieser Zeit. Wir danken Pfarrer Christoph Knoll, der für uns die Kirche geöffnet hat. Mehr geschichtliche Fakten sind unter www.thomas-gemeinde-erfurt.de vermerkt. Ausstellungen im Stadtarchiv Erfurt mit dem Thema Erfurt-Süd präsentieren Kerstin Richter und Lothar Semlin. Hierbei und auf der Homepage www.grüne-meile-erfurt-süd.de spielt auch die Thomaskirche-Foto-Links eine Rolle. Während Sie unseren Abspann anschauen, möchten wir die Gelegenheit für einige Hinweise nutzen. Neue Dierschau-Beiträge zum Thema Erfurt-Süd heute und damals geben wir auf Facebook und über E-Mail-Accounts bekannt. Wir freuen uns auf Sie, auf alle Erfurter und auf alle Gäste. Laden Sie Ihre Freunde ein und besuchen Sie uns. Wir danken für die Aufmerksamkeit.